Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einem kleinen weiteren Stream-Informationen und zwar geht es um den Stream heute Abend. Er startet wieder so zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr liebe Leute. Heute Abend wird wahrscheinlich, da die Season in einem Tag vorbei ist, also übermorgen ist sie dann vorbei, wird es wahrscheinlich ein Hardcore-Ranked-Ding hier sein, ein Hardcore-Ranked-Stream hier sein. Das heißt also wir spielen sehr, sehr viel Ranked und ja, ich denke halt Arena lassen wir heute einfach mal ausfallen, aber dafür können wir ja noch sehr, sehr gerne Duelle machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich hier ankündigen wollte. Ziemlich viel Ranked, ziemlich viel Duelle zum Schluss dann noch. Versuchen natürlich auf Rang 5 zu kommen, aber wir werden da mal sehen, was wir da machen. Ich weiß auch nicht, wie gerade die Spiele aussehen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass in letzter Zeit wieder sehr, sehr viel Aggro gespielt wird. Da müssen wir vielleicht ein bisschen die Controll-Ligone-Matchups holen, das heißt wir schaffen nicht so viele Spiele in einer gewissen Zeit X, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, danke für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe ihr seid heute Abend mit dabei. 20 bis 20.30 Uhr geht's los und ja, ehrlich mal gesagt, haut rein. Bis heute Abend dann. Türelü.